ja das ist das neue design und damit herzlich willkommen zum update video hier auf wolfgangs filmkritik das heißt uns eine art erneuerung ein bisschen frischer wind ein bisschen lebendiger und ich hoffe es gefällt euch und wir machen also ich mache die nächsten videos in diesem stil und ich hoffe es gefällt euch schreibt es in die kommentare wir sehen uns sicher demnächst das wollte ich nur sagen und ja tschüssi baba